Hallo Sammelfreunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Collectors Video, in dem wir uns heute alle drei Minitins aus der Bundesliga Magitex 2024-2025 Kollektion von Tops anschauen wollen. Eine Minitin kostet 9,99€ und drin sind jeweils 42 Karten, darunter zwei der Black Edge Limited Edition Karts, zwei Black & White Pixel Pitch Karten und dann gibt es jeweils pro Minitin drei exklusive Karten, die man nur in der jeweiligen Minitin findet. Bei den exklusiven Karten gibt es jeweils doppelt so viel, wie in der jeweiligen Tin drin sind, heißt also ihr müsst euch mindestens zweimal jede Tin kaufen und dann natürlich auch das entsprechende Glück haben, nicht zweimal die gleichen drei Karten zu ziehen. Diese exklusiven Karten tragen jeweils auch den Namen der Tin, also es gibt insgesamt sechs Bollwerk Karten, von denen wir die ersten drei heute aus der linken Tin ziehen werden. Dann gibt es sechs Dribbelkünstler Karten, die ersten drei holen wir heute aus der mittleren Minitin und dann gibt es noch sechs exklusive Torrausch Karten. Auch da werden wir heute die ersten drei zu sehen bekommen und die kommen aus der Minitin ganz rechts. Das erstmal als kleine Info vorab, für alle, die sich noch nicht so intensiv mit dem Inhalt dieser Minitins beschäftigt haben. Und bevor es ins Innere geht, wollen wir uns auch eine solche Verpackung mal ein bisschen aus der Nähe anschauen. Wir nehmen dafür einfach mal diese Bollwerk Minitin. Hier vorne seht ihr den Inhalt, den wir eben schon besprochen haben. Rechts oben der Preis. Auf der Seite finden wir die ganzen Liga-Logos, auf dieser die von der zweiten Liga. Dann auf der Rückseite haben wir jede Menge Kleingedrucktes. Allerdings nichts, was uns jetzt bei diesem Unboxing weiterbringt. Und hier auf der anderen Seite haben wir nochmal alle 18 Bundesliga-Logos. Unten den Barcode. Und oben ist das Ganze in der Farbe der jeweiligen Minitin. Vielleicht nochmal als Hinweis zum Barcode. Da könnt ihr nämlich sehen, dass alle drei Minitins den gleichen Barcode aufgedruckt haben. Was leider dazu führt, dass sie von vielen Händlern als nur ein Produkt gelistet werden. Und es daher dann auch unheimlich schwer ist, an eine bestimmte von diesen drei Minitins zu kommen. Da man bei den meisten Händlern dadurch, dass sie die, wie gesagt, nur als ein Produkt gelistet haben, dann immer nur eine zufällige der drei Minitins bekommt und sich nicht aussuchen kann, welche. Das ist dann der Vorteil des stationären Handels. Da kann man dann immer noch gucken, welche Minitins gerade im Laden vorhanden sind und sich die entsprechende mitnehmen. Oder man muss sich einen der wenigen Online-Händler suchen, die diese Tins tatsächlich auch einzeln anbieten. Am besten ist es allerdings, wenn ihr euch noch keine der Tins gekauft habt und ohnehin plant, euch alle drei zuzulegen. Die als entsprechendes Bundle-Paket zu kaufen, sodass ihr dann auch sicher sein könnt, von jeder Minitin auch eine drin zu haben. So, nachdem wir auch das geklärt haben, würde ich sagen, legen wir einfach mal los und holen unsere Minitins aus den Verpackungen. Wir beginnen mit der ersten. Das ist die Bollwerk-Tin in gelb. Dann haben wir in diesem türkis-blau die Dribbelkünstler-Minitin. Und in rot bzw. leichtem rosa die Torrausch-Minitin. Von unten dürften die alle gleich aussehen, haben so einen schwarzen Boden. Und daher stellen wir die zwei erstmal zur Seite. Beginnen mit der Bollwerk-Minitin, was ja auch so ein bisschen der Aufstellung eines Kaders entsprechen soll. Bollwerk, also jetzt die Defensive. Wir beginnen also hinten und arbeiten uns dann langsam nach vorne in den Sturm. So, dann wollen wir doch mal schauen, welche Karten uns Tops schönes indiges Paket gepackt hat. So sieht so ein Stapel von der Seite aus. Also ihr seht, ihr bekommt eine ganze Menge Karten. Und dann gehen wir das Ganze mal durch. Beginnend mit den Base-Karten und Janes von Heidenheim. Dann haben wir Matthias Ginter mit Weiser. Brown von der Eintracht. Gepard, Kindzombie. Die erste Stadion-Zauberkarte mit Nick Voltemade vom VfB Stuttgart. Die, würde ich sagen, legen wir uns einfach mal extra. So wie unsere folgenden Special-Karten. Dann haben wir Rito Barco als Base-Karte. Tobias Mohr, Mats Pedersen, Lars Ritzka, Benjamin Henrichs, Leonardo Bittencourt, Tim Drexler. Wir lesen hier von Bochum, Mikkel Kaufmann, Schinter Apelkamp, ein Stück vom Magitex-Logo. Dann Opoku von Lautern, Joshua Kimmich. Den Nieders Stegio von Stuttgart. Patrick Wimmer, Frank Honorar. Das nächste Puzzleteil vom Magitex-Logo. Marcel Sabitzer, Elvis Reschbescheid, Carlo Bukalfa. Dann unsere erste Matchwinner-Karte mit Steve Mounier vom FC Augsburg. Als nächstes kommt ein Wappen und das ist vom VfL Bochum. Nächste Special-Karte kommt von der TSG aus Hoffenheim. Und das ist wieder ein Matchwinner mit Alexander Brass. Dann kommt der nächste Matchwinner, diesmal außer Liga 2. Mit Mitchman-Tachy vom 1. FC Kaiserslautern. Und der passenden Haarfarbe zu den Roten Teufeln. Dann haben wir eine Heritage-Karte mit Jonas Hofmann von Bayer 04 Leverkusen. Das Starspieler-Karte ist auch noch ein Pack mit Patrick Meinka von Heidenheim. Nächste Heritage, Louis Holtby, Holstein Kiel. Dann kommt eine Rohdiamanten-Karte. Und die kommt vom SV Werder Bremen mit Kieke Top. Und das ausnahmsweise mal eine Standard-Variante der Rohdiamanten-Karten. Ihr habt es ja in den letzten Videos verfolgt. Da haben wir fast nur Parallels gezogen. Dann kommt die erste Black Pixel Pitch Karte mit Pascal Groß von BVB. Eine White Pixel Pitch mit Leonard Maloney von Heidenheim. Und dann kommen unsere exklusiven Karten. Johann Reihesson vom BVB als unsere erste Bollwerk-Karte. Mit diesem schicken Design im Hintergrund. Inklusive Holo-Effekt. Die zweite Bollwerk-Karte ist Luca Netz von Borussia Mönchengladbach. Und dann haben wir noch Marco Friedl vom SV Werder Bremen. Das sind also drei von den sechs exklusiven Bollwerk-Karten. Für die anderen drei braucht man dann, wie gesagt, eine weitere dieser Bollwerk-Mini-Tins. Und dann kommen noch unsere zwei Black-Edge Limited Edition Karts mit Justin Dünmar. Und auch der kommt vom SV Werder Bremen. Kurzer Blick auf die Rückseite mit diesen ganzen Statistiken, die Topster draufgepackt hat. Und unsere zweite Limited Edition Karte ist Erik Smiess vom FC St. Pauli. Also zwei Limited Edition Karts der Nord Clubs. Und damit sind wir dann auch durch mit unserer ersten Mini-Tin. Schieben das Ganze hier vielleicht noch mal ein kleines Stückchen nach oben. Denn dann kriegen wir auch noch eine dritte Reihe unten drunter. Denn ein bisschen was haben wir noch vor uns. So, wir schnappen uns Mini-Tin Nummer zwei. Mit den Dribbel-Künstlern. Und dem nächsten großen Paket. Und wir beginnen beim SV Werder Bremen und Felix Agou. Dann haben wir Ilas Bibou als Base-Karte. Patrick Drewes. Janis von Heidenheim, Fabian Rehse, Robin Koch, Ito von Magdeburg, Jean Zimmer, Jean Paulinia, Alexander Nübel. Odogo von Wolfsburg. Dann wieder ein Puzzleteil des Match-Text-Logos. Patrick Schick. Felix Metzger, Essente von Augsburg, Zedderer von Bremen, Finn-Ole Becker, Philipp Hofmann, Jean Hugonnet, Junior Dina Ibimbe, Marcel Beifuß vom KSC. Dann haben wir Matthias Warnberg von Wolfsburg. Alessand Plea, Paul Nebel, Maximilian Bayer, Marius Wolf, Baumgartner. Und dann kommen unsere Special-Karten. Das Logo des 1. FC Heidenheim. Gefolgt vom 2. Liga-Match-Winner, Keran Karmann von Schalke. Dann haben wir eine 1. Liga-Match-Winner mit Steven Skripski von Holstein Kiel. Und nochmal ein Logo mit dem des 1. FSV Mainz 05. Dann geht es weiter mit den etwas mehr funkelnden Special-Karten und Jonas Hofmann von Bayer 04 Leverkusen. Auch hier haben wir Patrick Gemeinkamp von Heidenheim und Louis Holtby als Heritage-Karte. Also genau die drei gleichen Karten, die nethin eben. Das ist natürlich ein bisschen unglücklich. Dann haben wir eine Rohdiamanten-Karte. Und das ist in dem Fall diesmal wieder eine Parallel-Rohdiamanten-Karte mit den ganzen Tops-Logos im Hintergrund. Und wir sehen Uwe Draugo von Leipzig. Dann haben wir Jonas Omlin als Black Pixel Pitch von Gladbach. Die White Pixel Pitch mit Kamil Grabanger von Wolfsburg. Und dann kommen unsere drei exklusiven Karten. Die Dribbel-Künstler-Karte vom FC St. Pauli mit Oladapo a verleihen. Mit diesem blau-grün-türkisen Hintergrund. Und dem gleichen Effekt, den wir auch schon bei den Bollwerk-Karten gesehen haben. Die zweite Dribbel-Künstler-Karte ist von Heidenheim und zeigt uns sie ja laut Conté. Und die dritte kommt von der TSG aus Hoffenheim mit Umut Turmschuh. So, bleiben noch zwei Black-Edge Limited Edition-Karten. Und los geht's mit einer Legende des HSV. Und das ist Raphael van der Vaart. Bei den Legenden ja nicht ganz so viel Statistiken drauf, wie bei den aktuellen Spielern. Und dann haben wir als zweite Black-Edge Limited Edition-Karte noch Leroy Sané von den Bayern im Päckchen. So, und damals sind wir da durch mit unserer zweiten Tin. Und schnappen wir uns die dritte und letzte mit den Torrausch-Karten. Und dann schauen wir mal, was Tops uns in unser drittes Päckchen schönes reingepackt hat. Das beginnt wieder mit dem SV Werder Bremen und Jens Dey als Base-Karte. Dann haben wir Agpoguma von Hoffenheim. Hört vom VfL Bochum. Mann und Busch. Dann haben wir Aslany aus Elvesberg. Timon Weiner, Beto Massimo aus Fürth. Krattenmacher von Ulm. Alexander Nübel, Odogu. Schwanzsara von Gladbach. Kevin Vorland. Die nächste Stadion-Zauberkarte mit Nathan Teller von Bayer 04 Leverkusen. Dann haben wir Waldemar Anton. Wieder ein Teil des Magitex-Logos. Hinzu Doran. Dann Lünen von Werder Bremen. Johar von Düsseldorf. Igor Matanovic. Robin Knoche. Marcel Halzenberg. Anthony Rold. Matthias Svanberg. Robert Andrich. Friedrich Jensen. Castello Lukeber. Und dann sind wir bei den Special-Karten angekommen. Und auch hier geht es wieder mit einem Logo los. Und zwar dem des Sportklub aus Freiburg. Dann haben wir den Matchwinner Boris Atik vom 1. FC Magdeburg. Ein Zweitliga-Matchwinner. Auf ihn folgt Leonard Maloney als Erstliga-Matchwinner von Eidenheim. Und dann haben wir noch ein weiteres Wappen mit dem von Eintracht Frankfurt. So, dann geht es funkelnd weiter. Und zum Glück diesmal, so wie es aussieht mit drei anderen Karten, Florian Wirz als Starspieler. Von Niverkusen. Dann haben wir Patrick Meinker als Heritage-Karte von Heidenheim. Und hier haben wir dann keine zwei Heritage-Karten, sondern zwei Starspieler drin mit Machino von Kiel. Dann kommt wieder eine Rohdiamanten-Karte. Und auch das ist, wie ihr sehen könnt, wieder eine Rohdiamanten-Pamel mit den kleinen Tops-Logos im Hintergrund. Und Kjell Wäthchen vom BVB. Und dann die erste Club-100-Karte. Lange hat es gedauert, bis sich davon mal eine hat blicken lassen. Gregor Kobel vom BVB. Sieben Videos hat es gebraucht, um mal eine dieser Club-100-Karten zu Gesicht zu bekommen. Die also in diesem Jahr entweder besonders selten oder ich habe mit meinen Packs bisher einfach richtig Pech gehabt. Dann geht es weiter mit einer Black-Pixel-Pitch-Karte von Philipp Lienhardt von Freiburg. Die White-Pixel-Pitch kommt von Ezekiel Palacios von Leverkusen. Und dann haben wir unsere drei exklusiven Torrausch-Karten. Beginnend mit Philipp Hofmann vom VfL Bochum. Dann haben wir Johnny Burkhardt vom ersten FSV Mainz 05. Und die dritte kommt von Victor Boniface von Bayer 04 Leverkusen. So, bleiben noch zwei Black-Edge Limited Edition Cards. Die erste kommt von Wolfsburg und zeigt uns Lofo Maier. Und die zweite ist von Bundesliga-Aufsteiger Holstein Kiel mit Schuto Macchino. Ja, und damit sind wir durch mit unseren drei Mini-Tins und dem Blick auf diese exklusiven Karten, die man nur aus den Mini-Tins ziehen kann. Das sind zusammengefasst die, die ihr in der Mitte und am unteren Rand seht, die Bollberg-Tribbelkünste und Torrausch-Karten. 18 Stück gibt es davon insgesamt. Die ersten neun haben wir uns jetzt aus diesen drei Mini-Tins gesichert. Und für die weiteren neun braucht es dann entweder nochmal drei Mini-Tins und das entsprechende Glück, nicht nochmal die gleichen neun Karten drin zu finden. Alternativ kann man sich natürlich überlegen. Und das hängt natürlich auch immer so ein bisschen davon ab, wie weit man insgesamt schon mit seiner Kollektion ist. Sich die restlichen neun Karten dann einzeln dazu zu kaufen. Solange einem aber insgesamt noch relativ viele Karten fehlen, machen da denke ich dann auch nochmal drei weitere Mini-Tins Sinn. Und vor allem kann man dann hier auch einiges an Matchwinnern rausholen, die ja beispielsweise nicht in den Powerpacks enthalten sind und somit dann auch in diesem Bereich mit seiner Kollektion weiterkommen. Auch bei den Mini-Tins fällt auf, dass Tops diese roh-diamanten Parallel-Karten mit dem kleinen Tops-Logo im Hintergrund in diesem Jahr relativ inflationär einsetzt und es daher vermutlich sogar schwerer wird, die normalen roh-diamanten zu kompletieren als die mit den kleinen Tops-Logos. Persönlich freue ich mich natürlich über die erste Club 100-Karte. Da hatte ich fast schon die Hoffnung aufgegeben, überhaupt eine zu ziehen. Die Quote von 1 zu 24 Packs hat sich bei mir auf jeden Fall bisher nicht erfüllt. Ob ihr euch mit den Club 100-Karten auch so schwer tut oder ob ihr da bisher schon deutlich mehr Glück hattet, das könnt ihr mal unten ins Kommentarfeld schreiben. Und dort könnt ihr natürlich auch noch alles andere reinpacken, was ihr zu diesen Mini-Tins oder zur Kollektion im Allgemeinen loswerden wollt. Ich freue mich da wie immer über euer Feedback und auf die Diskussion mit euch. Und wenn ihr jetzt zum Abschluss auch nochmal aufs Däumchen nach oben drückt und mit einem Like ein bisschen Support für dieses Video da lasst, dann würde ich das natürlich auch entsprechend feiern. Ja, zu dieser Woche zu anderen Sticker- und Kart-Kollektionen verpasst ihr nicht, wenn ihr euch noch einen kostenlosen Kanal-Abo schnappt und dann sehen wir uns auch zum nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, tschüss!